Vielen Dank für die sehr nette Einleitung. Ich war auch noch mal fünf Jahre Lehrer, sogar der überwiegende Teil der Zeit in diesen fünf Jahren. Und als Lehrer hat man natürlich sein Instrument wie ein Cello. Das ist für mich immer die Tafel gewesen bis heute. Deswegen habe ich jetzt auch hier eine Tafel. Allein schon als Symbol ist es mir ganz wichtig, hier eine Tafel zu haben. Im Übrigen vielleicht eine ganz kurze Anmerkung, Stefan. In der Didaktik gibt es natürlich Meinungen, aber ich verstehe meine Beiträge auch nicht nur als Meinung, sondern als Beiträge zum wissenschaftlichen Diskurs da, der sich im Moment gerade mit der Kompetenzorientierung sehr kritisch auseinandersetzt. Ja, ich will gerne heute sprechen über das Zweite. Und vielleicht am Anfang mit so einem Credo, mit dem ich gerne anfange, einmal Hans de Raik zitieren, ein niederländischer Intellektueller, der unter vier Pseudonymen veröffentlicht hat, also in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Welt. Kennen Sie ihn vielleicht über Werke von Escher unter dem Namen Bruno Ernst. Und er hat geschrieben über Madelifisch-Vischkünde, also Gänseblümchen-Mathematik. Und er sagt, sieh die Mathematik als einen wunderschönen Garten. Mitten in dem Garten steht ein enormer Baum mit Ästen, die in den Himmel reichen. Mit dem Stamm des Baumes sind die Namen großer Mathematiker aus der fernen Vergangenheit verbunden. Pythagoras, Archimedes, Euclid. Höher im Baum finden sich die Namen kluger Köpfe wie Euler, Gauss und Hilbert. Will man die Mathematik ganz oben im Baum bewundern, muss man ganz schön klettern. Das haben wahrscheinlich einige hier schon auch erlebt. Aber der Garten besteht nicht nur aus Bäumen. Es gibt auch Blumenbeete und Sträucher, an denen kann man sich auch ohne Klettern mindestens so erfreuen. Und ganz einfach auf dem Boden, zwischen dem Gras, steht manchmal ganz unerwartet, ein wunderschönes Gänseblümchen. Das ist Mathematik, die Hans de Reik am liebsten mag, Madelifisch-Vischkünde, Gänseblümchen-Mathematik. Und die möchte ich gerne mit Ihnen heute machen. Das ist ja auch mein Spezialgebiet, die Gänseblümchen-Mathematik, als Mathematikdidaktiker. Und mit Ihnen gerne ein paar einfache Dinge aus dem sechsten Schuljahr vor allem mir anschauen. Aber auch einiges, was man in der Oberstufe betreiben kann. Aber alles kann man mit Schulmathematik machen. Und ich will gerne beginnen mit der Frage, also wir wollen uns beschäftigen mit Dezimaldarstellungen. Ich habe hier mal eine hingeschrieben, wo die natürliche Zahl 4711 ergänzt wurde mit Nullen zu einer Dezimaldarstellung. Und hier ist eine Bekannte, die Sie alle kennen. Und hier, die können Sie sich vorstellen, wie die sich weiterentwickelt. Hier ist auch eine, die die meisten wahrscheinlich schon kennen. Wurzel 2, hier der goldene Schnitt, seine Dezimaldarstellung. Und wie Sie sicher alle wissen, ist das nicht periodisch. Das heißt, wir können da nur bruchstückhaft etwas davon angeben, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier ist nochmal E. Und die letzte Zahl, die kennen Sie auch. Nämlich, welche ist das? Nein, 22 Siebtel. Ich wollte Sie ein bisschen necken. Sie sehen, das wiederholt sich hier. Alle sechs Ziffern stimmt das hier wieder überein. Okay. Frage, die ich Ihnen stellen möchte jetzt ist, denken Sie mal kurz an Ihren Geburtsort. Und denken Sie darüber nach, wie weit ist der Geburtsort entfernt von dem Hörsaalgebäude oder von dem Hauptgebäude der Universität Bonn. Machen Sie mal einen Überschlag so in Ihrem Kopf, wie weit das in etwa entfernt ist. Und merken Sie sich bitte wirklich genau die Zahl. Denn ich möchte am Anfang gerne mit Ihnen dieses Experiment machen, um dann zu schauen, was dabei entsteht. Hat sich hier dann eine Zahl gemerkt? Und jetzt schauen Sie sich nochmal an, wie weit das in Meilen ist. Also schätzen Sie das mal eben ab. Also zehn Meilen sind 16,09 Kilometer, also amerikanische Meilen. Und wenn Sie jetzt das mal so überschlagen, wie viele Meilen das sind. Dann wüsste ich gerne, erst mal bei den Kilometerangaben, bei wie vielen Leuten von Ihnen beginnt die Zahl mit einer Eins. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, okay, zehn. Bei zehn Leuten beginnt die Zahl mit einer Eins. Dann, bei wie vielen beginnt es mit einer Zwei? Eins, zwei, das sind drei, das sind vier, genau, vier. Und mit einer Drei, das sind dann doch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und mit einer Vier, einer, machen wir das schnell, also einer Fünf, drei, sechs, eine, einer, sieben, zwei, acht, drei, vier. Und in neun, das quetsche ich hier unten nochmal dazu, zwei, drei. Wunderbar, also so ganz gleich verteilt ist es nicht. Machen wir das Gleiche nochmal mit den Meilenangaben. Bei wie vielen Leuten fängt das mit einer Eins an, die Meilenangabe? Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf, nur das ist dann doch ein ganzes Stück weniger. Zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ja, okay. Die Drei, mal kurz schnell, einer, die Vier, zwei, drei, okay. Und die fünf, zwei, drei, die sechs, einer, sieben, müssen wir es jetzt vollständig machen, vier und die acht, keiner, neun, auch keiner. Und das war's. Okay, das Experiment ist nicht so ganz geglückt, aber was sozusagen dahinter steht, ist eine Beobachtung, die einem Physiker, nämlich Newcomb, gemacht hat. Ein Astronomen, Physiker Simon Newcomb hat entdeckt, dass wenn er gerechnet hat mit irgendwelchen Zahlen, dann hat er sich Logarithmentafeln genommen und hat entdeckt, dass in diesen Büchern mit den Logarithmentafeln die Zahlen, die mit einer Eins beginnen, viel häufiger benutzt wurden, als Zahlen, die mit einer Zwei oder anderen Ziffern beginnen. Das heißt, es scheint im Alltag mehr Zahlen zu geben, die mit einer Eins beginnen, als es Zahlen gibt, die mit einer Zwei oder Drei beginnen. Und das ist eigentlich so ein bisschen gegen unsere Intuition, also ich will mich gerne am Anfang mit den Beginnziffern der Dezimalentwicklung beschäftigen und dann am Ende auch mit dem hinteren Teil. Ja, diese Abhandlung Newcombs, die war dann dem Physiker Benford unbekannt, als er dann dasselbe nochmal entdeckt hat. Und Benford hat diesen Artikel 1937 geschrieben und hat das eben wie ein Physiker untersucht. Er hat also alle möglichen Quellen zu Rate gezogen, in denen Zahlen sind, also ein Atlas genommen, in denen die Oberflächen von Flüssen zum Beispiel aufgenommen, aufgelistet waren oder die Bevölkerungszahlen von Ländern, irgendwelche konstanten Zahlen einfach aus der Zeitung, hat einfach geguckt, welche Zahlen tauchen wie häufig auf. Und dann hat er sozusagen eine Statistik gemacht, wie oft kommt eine Zahl mit Ziffer 1 am Anfang vor, wie oft kommt eine Zahl mit Ziffer 2 am Anfang vor und so weiter. Und ihm ist aufgefallen, dass tatsächlich die Ziffer 1 viel häufiger vorkommt als alle anderen Ziffern und dass das sozusagen langsam abnimmt. Also hier sehen Sie diese Prozentzahlen für die einzelnen Beginnziffern. Da oben, hier sehen Sie, bei 9 ist das alles nur noch im einstelligen Bereich und hier bei 9, bei Ziffer 1, Beginnziffer 1 sind wir um die 30 Prozent liegen wir da. Mit der erstaunlichen Erkenntnis, dass immer wenn Zahlen durch Mathematik geschaffen wurden, sie weniger häufig mit einer 1 beginnen, als wenn sie so aus dem Alltag stammen. Ja, wie kann man sich das erklären, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, von sagen wir mal 1 bis 100, da sind ja gleich viele Zahlen dabei, die mit einer 1 anfangen, wie mit einer 2, einer 3 und so weiter. Das ist doch gegen unsere Intuition, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und trotzdem ist es wahr und es liegt daran, dass wenn Sie von 100 an weiter zählen, ganz plötzlich die 1 beginnt zuzunehmen. Ja, dann haben Sie erst mal 10 Zahlen, die mit einer 1 beginnen und in dem Moment hat die 1 ein großes Übergewicht. Also wenn Sie jetzt bei 10.000 sind und Sie zählen da weiter, dann zählen Sie noch mal 1.000 weitere Zahlen, hat die 1 ein Übergewicht. Das heißt, Sie nimmt zu, 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 bevor die 2, die 3 und die 4 und die 5 zum Zuge kommen. Und so kann man sich das anschaulich etwas vorstellen. Also hier sehen Sie die Zahlen zwischen 10.000 aus dem Artikel von Benford, von 10.000 bis 100.000 und Sie sehen, dass die 1en verhältnismäßig zunehmen. Von 10.000 bis 20.000 fangen alle Zahlen mit einer 1 an und dann nimmt das natürlich wieder ab. Die Ziffer 1 nimmt hier ab, weil die anderen dann entsprechend gleich sind und am Ende hier, sehen Sie, sind es wieder gleich viele Zahlen, die mit einer 1 beginnen natürlich. Und das kann man jetzt versuchen sozusagen auszuwerten, mathematisch und dann zu schauen, was ist denn jetzt sozusagen die mittlere Erwartung davon, dass wir eine Ziffer bekommen mit einer 1. Man kann das auch noch feiner machen, man kann sich auch schauen, was die Erwartung, dass eine Ziffer mit 1, 2 beginnt, mit 1, 3 und so weiter. Das hat Benford alles sehr ordentlich gemacht. Und erstaunlicherweise kann man das Ganze mit ein bisschen Abstraktion ganz, ganz einfach lösen. Mit, sagen wir, Mathematik, die zumindest in der Schule vorkommt, auch wenn es vielleicht nicht ganz trivial ist. Aber man macht es einfach wie folgt. Jetzt ist das hier auf einmal erschienen, das sollte sich so langsam entwickeln. Okay, also wir repräsentieren jede Zahl einfach durch eine Zahl zwischen 1 und 10. Also wir ziehen sozusagen die erste Ziffer vor das Komma, das macht ja dann keinen Unterschied. Und dann wollen wir sozusagen die Verteilung haben, eine Wahrscheinlichkeitsdichte Funktion f, so dass von 1 bis 10 das Integral 1 ist. Das heißt, jede Zahl taucht da, wenn sie so modifiziert wurde, auf. Also ist es sicher, dass jede Zahl da vorkommt. Jetzt wollen wir trotzdem diese Funktion f auf ganz R größer 0 definieren. Und das machen wir so, dass wenn wir alles mit 10 multiplizieren, das natürlich keinen Unterschied macht. Also das Intervall von 10 bis 100 ist im Grunde nur eine Kopie des Intervalls von 1 bis 10. Und weil wir das so identifizieren können, haben wir dann hier oben diese Identität. Das heißt, das Integral von a bis b über f von x ist dasselbe, als wenn wir alles mit 10 multiplizieren. Und das Erstaunliche ist, wenn es so ein Gesetz gibt, dann darf das ja nicht von der Skalierung abhängen. Das heißt, ob Sie jetzt irgendeine Zahl antreffen, die zwischen 10 und 20 Meilen liegt, ist genauso wahrscheinlich, als ob sie zwischen 16 und 32 Kilometern liegt. Das heißt, Sie haben hier auch die Wahrscheinlichkeit von a nach b, also das ist ja bei der Wahrscheinlichkeitsdichte, rechnet man die Wahrscheinlichkeit als das Integral von a nach b über f von x, die ist gleich, wenn Sie die Grenzen skalieren. Und diese Eigenschaft hier, die hat im Grunde nur eine Funktion. Und das lernt man in der Analysis, nämlich die Funktion, die diese Eigenschaft hat, ist die Funktion f von x gleich 1 durch x. und das hat auch schon der flämische Mönch Gregorius von St. Vincent entdeckt und das ist sozusagen eine ganz wichtige Eigenschaft, denn dann ist dieses Integral hier nichts anderes, als wenn man es von 1 bis zu der oberen Grenze nimmt, als der Logarithmus naturalis mal irgendeiner Konstante und wenn man das hier oben auswertet mit der Bedingung, dann ist es einfach der dekadische Logarithmus von x. Und wenn man das weiß, dann ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Ziffer mit a beginnt, das ist dann der dekadische Logarithmus von a plus 1 minus dem dekadischen Logarithmus bis von a und das ist dieser Ausdruck und wenn wir das ausrechnen, sehen wir hier tatsächlich 30% und dann schon 17% für die 2, also das nimmt enorm ab und das ist auch das, was Benford angibt als Gesetz, macht das aber ein ganzes Stück umständlicher sozusagen, als wenn er das beweist. Ich habe das von Jürgen Spandau gelernt, diesen Beweis. Okay, also hier ist diese Verteilung und hier sehen Sie, die 1 als Ziffer taucht tatsächlich viel häufiger auf. Wenn das eben sozusagen zu abstrakt war, dann nehmen Sie es einfach als eine Beobachtung, die erstaunlich ist. Hier haben Sie nochmal, hat Benford diese Wahrscheinlichkeiten abgeglichen mit den gemessenen Werten und die Frage ist, was hat das für Folgen? Und die Folgen sind eigentlich enorm, also zum Beispiel, wenn Sie Ihre Steuererklärung machen. Also Sie kennen das alle, Sie wissen nicht mehr, was waren nochmal die Portokosten, soll ich jetzt wirklich nochmal den Karton aufmachen und raussuchen und so weiter. Und wenn Sie da anfangen, die Zahlen zu erfinden, dann kann das gefährlich sein. Und tatsächlich sind auch die Wirtschaftspläne oder die Kalkulationen bei Enron und Worldcom sind tatsächlich aufgeflogen als Betrug, weil man da festgestellt hat, dass eben die Ziffern, die da vorkommen, diesem Benford-Gesetz nicht genügen. Und es gab einen deutschen Steuerberater, der auch für sechs Jahre Professor an der TU Ilmenau war, vielleicht haben Sie von dem gehört, Herr Gernot Bräler, Dr. Gernot Bräler, der wieder Steuerberater ist, habe ich im Internet gesehen, und der hat die EU-Haushalte unter die Lupe genommen und Sie können sich vorstellen, bei welchem EU-Haushalt sozusagen dieses Gesetz nicht erfüllt war, das war Griechenland. Und das hat eigentlich diese wohlbekannte Krise angestoßen. Übrigens als nächstes Land kommt Belgien, habe ich gelernt, das am weitesten vom Benfords-Gesetz abweicht. Ja, das war sozusagen der Einstieg über den Beginn der Dezimaldarstellung und jetzt wollen wir uns mit dem hinteren Teil der Dezimaldarstellung beschäftigen und die Dezimaldarstellung ist eigentlich eingeführt worden von Simon Stevin, einem flämischen und nachher niederländischen, holländischen Mathematiker und der hat dieses berühmte Buch geschrieben, De Tinde. Und in De Tinde, ich lese Ihnen das jetzt nicht alles vor, aber das ist auf Deutsch geschrieben und Deutsch ist nicht Deutsch, sondern Deutsch ist das, was dann nachher Dutch zum Beispiel wurde, also in einer Sprache, die man ja auch in den Niederlanden nicht mehr spricht. und er sagt, lernend durch ungehörte Leichtigkeit, alle Rechnungen, die unter den Menschen anfallen, abzufertigen durch ganze Zahlen ohne Bruchzahlen, ohne gebrochene Zahlen, also so ein bisschen frei übersetzt. Und das ist ein wunderbares Pamphlet, wenn man das liest, dann fängt er an, auch die einzelnen Zünfte anzusprechen, die mit Zahlen arbeiten und rechnet denen so wirklich vor, wie man mit Dezimalzahlen rechnen kann. Und es gab damals schon die französische Arithmetik, auf die greift er immer wieder zurück, aber die funktioniert eben nur mit ganzen Zahlen. Und sein großer Fortschritt war, Sie sehen hier, wie er das dann notiert, also drei und dann kommt so eine eins, sieben, dann so eine zwei und so weiter. Das hier ist die Dezimaldarstellung 0,3759. Und dann sagt er, das sind drei Erste, sieben Zweite, fünf Dritte und neun Vierte. Und unten sehen Sie, wie er das dann nochmal zusammenzählt und erklärt sozusagen diese Darstellung. Und die Babylonier haben natürlich schon im 60er-System so ein Stellenwertsystem gehabt, aber das Dezimalsystem ist hier eingeführt worden mit dieser Notation. Und er erklärt dann auch, wie man addiert, subtrahiert, multipliziert und aber dann auch dividiert. Und bei der Division, da gibt es dann eben plötzlich dieses Phänomen, dass das nicht mehr aufhört. Und dann sagt er, in solchen Fällen machen wir das so, dass wir sagen, ja, wir lassen den Überschuss verloren gehen. Also der sagt einfach, dass man dann einfach aufhören soll, wenn es dann immer so weitergeht. Und trotzdem ist in dem Moment eigentlich diese Dezimaldarstellung geboren und mit ihr auch all das, was sie mit sich gebracht hat, vielleicht den ganzen Begriff der reellen Zahl, der dann aber noch das ganze 19. Jahrhundert gebraucht hat, um sich tatsächlich mathematisch sauber herauszukristallisieren. Ja, Sie sehen, dass er dann auch, er sagt, also, dass alles, was im menschlichen Handel stattfindet, dass da diese Genauigkeit unnötig ist und dass man das nicht braucht und dass man, wenn man hier irgendwelche Maße angibt, also Längenmaße und so weiter, dass es dann sinnvoll ist, damit aufzuhören. Und er rechtfertigt sich an der Stelle auch nochmal, dass er sagt, Ptolemäus und Jan von Königsperre, den er hier zitiert, die haben solche Sehnentafeln ausgerechnet für die Sehnen im Kreis und er sagt, selbst die haben aufgehört zu rechnen irgendwann. Obwohl wir natürlich heute wissen, dass da auch mathematisch eine ganz andere Situation vorliegt bei diesen Sehnentafeln, weil das ja trigonometrische Funktionen sind und wir da in der Regel transzendente Zahlen erhalten. Ja, das ist sozusagen die Geburtsstunde dieser Dezimaldarstellung und die Dezimaldarstellung findet natürlich in der Schule heute statt, also Neue Wege, zum Beispiel eines von mehreren sehr bekannten Schulbuchwerken, nimmt im fünften Schuljahr behandelt Neue Wege, die schriftliche Division, wo sie aufgeht mit ganzen Zahlen und im sechsten Schuljahr wird das nochmal aufgegriffen und da wird dann schriftlich dividiert, so wie Sie das, nehme ich an, auch alle noch aus Ihrer Schulzeit kennen, drei geteilt durch vier, wird hier vorgerechnet, will ich jetzt eben nicht machen. Interessant ist dann natürlich zwei geteilt durch drei und die Feststellung, dass es da nicht mehr aufhört. Jetzt kommt in diesem Schulbuch, und das findet man leider in verschiedenen Schulbüchern, immer wieder auch so ein störender Satz, ich will da jetzt nicht so drauf eingehen, aber mich stört es trotzdem, also Mathematiker haben nachgewiesen, dass sich jeder Bruch entweder als abbrechende oder als periodische Dezimalzahl schreiben lässt, dabei kann die Periode allerdings wesentlich komplizierter sein als zum Beispiel zwei Drittel. Dafür muss man kein Mathematiker sein, wenn man durch eine natürliche Zahl teilt, dann gibt es nur endlich viele Reste, die möglich sind, und irgendwann haben Sie den Rest, mit dem Sie angefangen haben, nochmal wieder vor Augen, das heißt, Sie sehen sofort, dass der Quotient zwar ja natürlich in Zahlen, da muss sich die Dezimaldarstellung wiederholen, also das kann wirklich jedes Kind, und Sie haben das sicherlich auch alle in der Schule gelernt, wenn Sie ein gewisses Lebensalter sozusagen haben. Ja, das wird hier dann, auch die Sprache wird eingeführt, 0,08 Periode 3 und so weiter, wie man sowas ordentlich lesen kann, und dann geht es weiter, und als ich das jetzt mir nochmal angeschaut habe, habe ich auch verstanden, warum im ersten Semester keiner der Studierenden es hinbekommt, eine periodische Dezimaldarstellung wieder in einen Bruch umzuwandeln, weil hier heißt es, die andere Richtung, Umwandlung von periodischen Dezimalzahlen in Brüche, welche Brüche gehören zu den periodischen Dezimalzahlen, es gibt für die Umwandlung einer periodischen Dezimalzahl in einen Bruch kein einfaches Verfahren, hier sind einige Ideen, Regeln, mit denen manche Umwandlungen dennoch gelingen, und man glaubt es kaum, hier werden dann solche Rezepte gegeben, wie man da 99 drunter setzen muss, und so weiter. Ich habe das auch nicht wirklich, also ich habe das nicht verstanden, was die Regel da ist, auf jeden Fall gibt es offenbar solche Regeln. Und wie Sie alle wissen, nehme ich an, gibt es tatsächlich ein einfaches Verfahren, das auch standardmäßig im fünften und sechsten Schuljahr über viele, viele Jahrzehnte unterrichtet wurde, man nimmt sich so einen periodischen Dezimalbruch, zieht die Periode sozusagen einmal übers Komma, das heißt, ich nehme den periodischen Dezimalbruch hier, 0,08 Periode 3 mit 1000 Mal, dann haben wir 83,3, und nehme ihn einmal mit 100 Mal, dann haben wir 8,3 Periode, also 8 Komma Periode 3, und Sie sehen, jetzt stehen an dem Komma auf beiden Seiten diese Perioden, und selbst wenn man nicht genau geklärt hat, was das mit einer geometrischen Reihe und so weiter zu tun hat, ist es doch sehr einleuchtend, dass wenn man hier diese Differenz nimmt, dass sich diese Perioden auf der rechten Seite in Wohlgefallen auflösen, weil auf beiden Seiten dasselbe steht. Und wir haben dann hier die 75, und eigentlich ist das Verfahren nicht eines, wo man sagen muss, dass Mathematiker das irgendwie herausgefunden haben, sondern eigentlich normaler Schulstoff könnte das sein. Und Sie sehen, wie funktioniert das, naja, wir teilen jetzt noch durch 900 und haben dann diesen Bruch erhalten, und das wird gekürzt dann ein Zwölftel. Also natürlich gibt es so ein ordentliches, sehr einfach zu verstehendes Verfahren. Wenn wir das machen mit einer periodischen Dezimaldarstellung, die gleich hinter dem Komma beginnt, dann sehen wir, dass wir hier sozusagen, wenn wir die Periode einmal vor das Komma ziehen, dass wir das im zweiten Schritt gar nicht mehr bewegen müssen, sozusagen, weil die Periode ja gleich hinter dem Komma beginnt. Wenn wir jetzt hier die Differenz nehmen, haben wir da oben eine Zehnerpotenz mal diese Zahl, minus einmal diese Zahl, und diese Differenz hier ist auf jeden Fall eine ganze Zahl, und wenn die Periode gleich hinter dem Komma beginnt, dann ist es sogar die ganze Zahl, die aus den Ziffern der Periode besteht, wenn es keinen ganzzahligen Anteil gibt. Und diese Zahlen, die hier entstehen, das sind allerdings sehr interessante Zahlen. Zehn hoch neun minus eins in diesem Fall, oder irgendeine Zehnerpotenz minus eins, wenn man das aufschreibt, sind das Zahlen, die nur aus neunen bestehen. Oder neunmal Zahlen, die nur aus Einsen bestehen. Also in Köln zum Beispiel nimmt man solche Zahlen gerne um die Anzahl der Jungfrauen, die mit der Heiligen Ursula auf den Rhein gefahren sind, um dann von den Hunden alle überfallen zu werden, um die anzugeben oder um den Beginn der Session anzugeben. Also solche Schnapszahlen hier, die heißen auf Deutsch offiziell Einerkolonnen. Das finde ich aber kein schönes Wort, deswegen habe ich das englische Wort, was auch viele Leute gebrauchen, Repunit, hier benutzt. Also das hier ist die Repunit, die nur aus Einsen besteht, und es sind acht Einsen. Und wir sehen, wenn wir jetzt diesen Bruch hier um, diese Dezimaldarstellung umwandeln in einen Bruch, dann haben wir im Nenner neunmal so eine Repunit. Und wir sehen auch, dass diese Zahlen, die nur aus neunen bestehen, sicher nicht durch zwei oder fünf teilbar sind. Weil Zahlen, die durch zwei oder fünf teilbar sind, die erkennt man an der letzten Ziffer, die ist entweder gerade, oder sie ist fünf oder null eben. Also diese Zahlen sind nicht durch zwei oder fünf teilbar, und wir lernen auch, dass immer wenn eine periodische Dezimalzahl, wenn die Periode gleich hinter dem Komma beginnt, dann haben wir im Nenner keine Faktoren zwei oder fünf. Und diese Zahlen zwei oder fünf trauchen jetzt immer wieder auf, ich nenne die dann immer gerne zwünfen, also das sind jetzt Zweien oder Fünfen, also hier kommen keine Zwünfen drin vor. Also wenn die Periode hinter dem Komma beginnt, enthält der Nenner keine Zwünfen. Umgekehrt, wenn die Periode nicht hinter dem Komma beginnt, ja dann können wir wie folgt vorgehen, wir können eigentlich so tun, als beginne die Periode hinter dem Komma, indem wir diese 5, 8 einfach lesen als 1, 3 und den Korrekturterm nochmal extra aufschreiben. Und dann wissen wir, das hier ist eine Zahl, deren Nenner keine Zwünfen enthält, und das hier ist eine Zahl, deren Nenner eine Zehnerpotenz ist, zumindest wenn er ungekürzt ist. Also deren Nenner nur aus Zwünfen besteht, und wenn wir die gleichnamig machen, dann sehen wir, dass wir im Fall, wo eine Periode nicht hinter dem Komma beginnt, gleich, dass wir dann tatsächlich Zwünfen im Nenner haben. Also es ist sozusagen äquivalent, Nenner hat keine Zwünfen, heißt, die Periode beginnt hinter dem Komma. Und jetzt kann man natürlich wunderbar damit spielen, also wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Siebtel, und wenn man jetzt so naturwissenschaftlich denkt, dann ist nämlich an, so hier dieser Bereich in keinem Szenario, was mit Messungen zu tun hat, irgendwo noch sinnvoll. Und für Mathematiker ist es ohne Probleme möglich, zum Beispiel die 6 Millionen und erste Ziffer anzugeben. Was würden Sie sagen, was ist die 6 Millionen und erste Ziffer, die man da hat? Ja? Sie beide, oder eine von Ihnen? Eine Eins, genau. Ja, also wir Mathematiker sind in der Lage, bei so einer Zahl jede mögliche Ziffer anzugeben, und mit Genauigkeit hat das nichts mehr zu tun. Und hier ändert sich auch tatsächlich so eine Alltagsvorstellung von Zahl, bei der es nur um die Größe der Zahl geht, wird hier umgewandelt in eine mathematische Vorstellung, denn hier geht es nicht um die Größe der Zahl, sondern um ihre Eigenschaften, also eine ganz andere Vorstellung von dem, was eine Zahl ist. Und ich könnte das ganz oft machen, finde das unglaublich schön, dass das immer wieder dasselbe ergibt. Genau. Und man kann jetzt auch einfach zwischendurch mal schauen, warum ist denn 0,9-Periode ungleich 1? Das kennen Sie alle natürlich, wenn ich das umwandle in den Bruch, kriege ich 1 raus. Man kann aber auch sich überlegen, wären die sozusagen unterschiedlich, dann wäre auch ihr arithmetisches Mittel weder die eine noch die andere Zahl. Wenn man aber das arithmetische Mittel, also 1, Periode 9 durch 2 teilt, dann kriegt man wieder 0, Periode 9 raus. Und das kann nicht sein, wenn zwei Zahlen unterschiedlich sind, ist das arithmetische Mittel auch dazwischen und nicht eine der beiden Zahlen. Also Sie sehen, auch so sieht man, dass zwischen 0,9-Periode und 1 kein Platz mehr ist. Ja, man kann jetzt hier mit rumspielen, zum Beispiel, was sind die letzten beiden Ziffern der Periode von 1 durch 4.711? Eine schöne Aufgabe, ohne dass man alles vorher ausrechnen muss. Wie kriegt man das hin? Das überlasse ich Ihnen. Ich will gerne hier diese Darstellung einfach mal mit Ihnen mir anschauen und ich würde gerne jemanden bitten, mir kurz zu helfen. Ich frage mich, darf ich Sie bitten oder wer hat Lust, mir kurz hier auf der Bühne zu assistieren? Ich will gerne, dass jemand hier drei Ziffern... Frau Göbel, darf ich Sie bitten, kurz das zu machen? Also hier habe ich 1,47 aufgeschrieben und Frau Göbel und ich kennen uns zwar, wir haben uns aber nicht abgesprochen. Sie dürfen jetzt drei von den Ziffern hier auswischen. Egal, irgendwo, drei Ziffern. Entschuldigung, ich muss weggucken. So, ich gucke weg. Ja, okay. Gut, so, dann versuche ich die mal wieder zu ergänzen. Oben kann ich auch nicht sehen, was da für Ziffern sind. Und jetzt muss ich mal eben schauen, dass... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, Das muss eine Acht gewesen sein. Das hier war eine Vier. Und ich hatte da gerade ein... Zwei hatten Sie aus... Ne, Sie hatten drei ausgewischt. Also das hier ist auf jeden Fall eine Sieben. Und ich glaube, hier habe ich mich vertan. Das war auch eine Sieben. Mal eben schauen. Entschuldigung, eine Null. Eine Null muss das gewesen sein. Sind Sie alle richtig? Hat jemand eine Ahnung? Dankeschön, Frau Göbel. Also für Lehrer schöner Trick, aber vielleicht ein billiger Trick. Hat jemand schon gesehen, woran es liegt? Also zumindest kann ich Sie jetzt beeindrucken dadurch. Es liegt einfach daran, dass Sie, wenn Sie sich anschauen, hier die halbe Periode anschauen. Also hier beginnt es mit 0, 2, 1, 2. Sehen Sie? Und da drüben wieder mit 0, 2, 1, 2. Und die halbe Periode hier, die beginnt hier mit 9, 7, 8, 7. Und wenn Sie die 9 zu der Null zählen, kriegen Sie eine 9. Wenn Sie die 7 zu der 2 zählen, kriegen Sie eine 9. Die 1 zu der 8 kriegen Sie eine 9. Das heißt, wenn man die letzte Hälfte der Periode nimmt und sie zu der ersten Hälfte dazu zählt, dann hat man überall 9. Und ich habe ein bisschen gepokert, indem ich um drei Zahlen gebeten habe, aber es wäre sehr unwahrscheinlich gewesen, dass zwei Zahlen, die zusammengehören, ausgelöscht worden wären. Also eine Eigenschaft, die man auch bei zum Beispiel einem Siebtel schon sehen kann, sehen Sie hier, ist die Periode 1, 4, 2, 8, 5, 7. Und wenn wir hier die Hälfte nehmen, sehen Sie, dann haben wir 8 und 1 ist 9, 4 und 5 ist 9, 2 und 7 ist 9. Und so weiter. Also eine Eigenschaft, die wir vielleicht auch einsehen können und verstehen können, wenn wir uns solche Brüche anschauen. Und diese Brüche, die wir hier haben, die haben eine Primzahl im Nenner. Es geht manchmal auch mit anderen Zahlen, aber mit Primzahlen ist es einfach zu zeigen. Denn was ist hier sozusagen der Fall? Wir haben eine Primzahl, die weder 2 oder 5 ist. Und dann ist 1 durch p auf so eine Weise darstellbar mit diesen Ziffern. Das sind jetzt also Ziffern hier, die unter dem Periodenstrich stehen. Und wenn diese Zahl eine gerade Periode hat, das ist nicht immer der Fall, aber wenn sie eine gerade Periode hat, dann behaupte ich, dann können wir genau das machen. Und vielleicht muss ich dazu eine Sache nochmal grundsätzlich erklären. Wir nehmen mal die Zahl 1 Siebtel. Ich teile mal 1 geteilt durch 7. Und da haben wir, wenn wir das ausrechnen, erstmal 0. Und dann haben wir den Rest 1. Und zu der 1, dann nehmen wir noch eine 10 dazu. Also eine 0, die wir von oben dann runterholen, wie Sie das kennen. Dann haben wir hier die 1. 1 mal 7 ist 7. Und wir subtrahieren die 7 von der 10. Dann haben wir die 3. Haben dann wieder eine 0 zur Verfügung. Und da geht dann die 7 4 mal rein. 28, ich mache das jetzt mal eben schnell. 20. Hier geht sie 2 mal rein. Dann haben wir 14, 6, 60. Da geht die 7 8 mal rein. 8 mal 7 ist 56. Und das sind dann hier 4. Da haben wir dann eine 5. Und da haben wir 35. Und vielleicht mache ich das jetzt hier mal weg. Die 35. Und da bleibt dann die 5 übrig. 50, da geht die 7 7 mal rein. 49. Und hier haben wir wieder die 1 als Rest. Und wenn wir uns mal anschauen, was wir hier genau gemacht haben. Ja, einmal sehen wir, dass die Reste, die vorkommen, das ist einmal die 1. Dann haben wir hier die 7. Dann haben wir hier, Entschuldigung, nicht die 7. Die 3, also hier die, Entschuldigung. Die 3 war hier der Rest. So, und das war hier die 1. Die 1 war der Rest. Die 3, die 2, die 6, die 4, die 5 und wieder die 1. Ja, und mögliche Reste sind alle Zahlen von 0 bis 6. Wobei wir schon wissen, dass die 0 nicht vorkommen kann. Also alle Zahlen von 1 bis 6. Das sind die möglichen Reste. Und wir sehen, dass wir hier bei jedem Division von natürlichen Zahlen irgendwann diese Reste sich wiederholen müssen. Deswegen ist der Quotient zweier natürliche Zahlen immer eine periodische Dezimalentwicklung. Und das ist auch der Moment in der Schule, wo man darauf hinweisen kann, dass es auch nichtperiodische Dezimalentwicklungen geben könnte. Und diese nichtperiodischen Dezimalentwicklungen offenbar nicht durch einen Bruch dargestellt werden können. Aber wenn wir jetzt mal schauen, was wir hier gemacht haben, dann haben wir eigentlich diese 1 aus dem Zähler, die haben wir hier sozusagen als Rest erhalten und haben das Ganze mit 10 multipliziert. Das heißt, was hier steht, ist eigentlich die 10 oder die 10 hoch 1. Und wir haben dann ein Vielfaches von 7 davon abgezogen. Das heißt, das hier ist sozusagen 10 hoch 1. Und das hier ist, weil wir nochmal das Ganze mit einer 0 dazugefügt haben, also nochmal mit 0 multipliziert haben, ist 10 hoch 2 bis auf ein Vielfaches von 7. Also hier sehen Sie, haben wir einmal 7 abgezogen. Und die 10 hoch 2 ist also gleich 3 bis auf ein Vielfaches von 7. Und das haben wir hier eigentlich nochmal gemacht. Wir haben jetzt sozusagen hier diesen Rest 2 gehabt, eine 0 angehängt und erhalten dann 10 hoch 3. Und 10 hoch 3 ist dann auch wieder 2 bis auf ein Vielfaches von 7. Denn hier sehen Sie, ist der Unterschied immer nur 28, 14 und so weiter Vielfache von 7. Also wenn wir diese Division durchführen, dann nehmen wir eigentlich die 10er Potenzen und schauen uns an, wie viele Vielfache von 7 können wir von diesen 10er Potenzen hier jeweils abziehen. Und wir fragen uns, jetzt habe ich glaube ich irgendeinen Fehler gemacht, weil die 10 genau, ich hätte sie wahrscheinlich anschauen sollen, dann ist sofort gemerkt. 0, 1, 2, 3, 4. Natürlich ist 10 hoch 0 ist 1 und 10 hoch 1 ist 3 bis auf ein Vielfaches von 7. Und 100 ist 2 bis auf ein Vielfaches von 7. Und dann haben wir 10 hoch 5 ist 5 bis auf ein Vielfaches von 7. Und wir sehen, 10 hoch 6 ist dann wieder 1 bis auf ein Vielfaches von 7. Also wenn wir diese Division machen, dann schauen wir uns an, welche 10er Potenz ist als erste 1 bis auf ein Vielfaches von 7. Und das ist genau das Verfahren, was wir immer durchführen. Und wenn wir jetzt eine gerade Periode haben hier, dann sehen wir, dass n ist die kleinste Zahl, also die Länge der Periode ist die kleinste Zahl, sodass 10 hoch n gleich 1 ist bis auf ein Vielfaches der Zahl, durch die wir teilen, die Primzahl p in diesem Fall. Genau, also ich habe hier nicht geschrieben, es soll eine Primzahl p sein, das habe ich hier versäumt, also Primzahl p. Angenommen, n ist gerade und n ist gleich 2k, dann können wir diesen Ausdruck mit der dritten binomischen Formel so aufspalten und dann ist das hier durch p teilbar. Wenn aber dieser Faktor schon durch die Primzahl teilbar ist, dann hätte die Periode ja schon Länge k, also es gäbe schon eine kleinere Potenz von 10, die gleich 1 ist bis auf ein Vielfaches von p. Also muss dieser Teil hier durch p teilbar sein. Und wenn wir das einmal hinschreiben, 10 hoch k mal 1 durch p plus 1 mal 1 durch p und das sozusagen aufschreiben, dann ist das hier eine ganze Zahl. Und wenn wir dann diese Periodendarstellung hier reinschreiben, dann sehen wir, dass wir genau die Perioden übereinander schieben und das ist eine ganze Zahl und das erklärt diesen Effekt. Ja, also wir wissen jetzt, wenn für eine Primzahl p ungleich 2 oder 5, wenn wir diese Darstellung haben, dann gilt genau, dass entsprechend diese Ziffern sich zusammen zu 9 addieren. Genau, gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Hier sehen wir nochmal in dem Schulbuch, wie ein Siebtel ausgerechnet wird und was hier festgestellt wird, ist, dass es sozusagen auf jeden Fall keine Periode geben kann, die länger ist als 7. Man kann aber auch, auf jeden Fall kann es keine Periode geben, die länger ist als 6, Entschuldigung, weil wir ja nur 6 mögliche Reste zur Verfügung haben und man sieht auch, wenn man in dieser Rechnung hier zum Beispiel mit der 3 beginnen würde, dann enden wir hier mit der 1 und mit der 1 können wir hier oben wieder anfangen und enden bei der 3. Das heißt, wenn wir jetzt einen anderen dieser Brüche 3 Siebtel oder 5 Siebtel oder 4 Siebtel nehmen, dann haben wir im Grunde dieselbe Dezimaldarstellung, nur hier zyklisch permutiert. Und das wird hier auch in dem Schulbuch sehr schön erklärt. Tatsächlich können wir auch herausfinden, wie die Periode bei 1 durch eine Primzahl, wie lang sie überhaupt sein kann, also bei 1,41 wissen wir, sie kann nicht länger sein als 40, aber tatsächlich muss sie auch ein Teiler von 40 sein. Ich will das aber jetzt nicht mehr beweisen, weil das, glaube ich, dann ein bisschen technisch wird, aber es ist sozusagen sehr ähnlich zu dem, was ich hier gerade vorgerechnet habe, denn die Reste, die da vorkommen, die sind in einer bestimmten Gruppe von Resten und wenn sie andere Reste nehmen, dann haben die keine Reste gemeinsam, weil sie dann ja wieder in der alten Rechnung drin wären und es können auch nicht mehr Reste werden, es sind genauso viele Reste und deswegen kann man dann die 40 in gleich große Gruppen von Resten aufteilen und deswegen ist tatsächlich die Periode von 1 durch eine Primzahl immer ein Teiler von P-1. Das war jetzt sehr, sehr schnell erklärt. Ich will lieber diesen Satz kurz zitieren, also wenn wir sozusagen eine Primzahl ungleich 2 oder 5 haben, dann teilt die Länge der Periode die Zahl P-1 und das kann man auch sehen, ist auch ein Spezialfall des kleinen Satzes von Fermat. Ich will gerne, statt jetzt bei diesen technischen Sachen zu verharren, gerne mit Ihnen nochmal kurz auf die Rep-Units schauen. Bei den Rep-Units gibt es ganz erstaunliche Dinge zu beobachten. Also einmal sind das Zahlen mit einer großen Vielfalt. Sie denken sich, das sind alles nur Zahlen, die aus Einsen bestehen. Was können die schon sozusagen enthalten? Und tatsächlich ist es so, dass jede Primzahl P, die nicht 2 oder 5 ist, Teiler sein oder dass es zu jeder Primzahl eine Rep-Unit gibt, die ein Vielfaches genau dieser Primzahl ist. Und das kann man einfach mit schriftlicher Division nachweisen, denn wenn Sie diese Zahl 1 durch P haben und Sie nehmen dieses Verfahren, mit dem wir eben eine periodische Dezimalentwicklung in einen Bruch umgewandelt haben, dann sehen Sie genau, dass wir sozusagen eine Zahl, die nur aus 9 besteht, mal 1 durch P, also 9 mal so eine Rep-Unit, mal 1 durch P, dass das eine ganze Zahl ist. Also teilt sozusagen P 9 mal diese Rep-Unit und weil P müsste auch ungleich 3 sein, das habe ich hier vergessen, 2 oder 3 oder 5 darf es nicht sein, also teilt es auch diese Rep-Unit. Also außer den Primzahlen 2, 3 und 5 funktioniert das für jede Primzahl. Genau. Und dann ist es auch so, wenn wir den GGT von zwei Rep-Units berechnen wollen, dann geht das sehr einfach. Also stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt hier eine Zahl, die nur aus Einsen besteht, das ist mitunter eine sehr große Zahl und Sie wollen jetzt wissen, was ist der größte gemeinsame Teiler mit einer anderen solchen Zahl und die Strategie, mit der Sie das machen, ist einfach, Sie zählen, also Sie fassen das auf wie eine Höhlenmalerei sozusagen, Sie zählen einfach die Striche, das sind M-Striche und hier sind es N-Striche, Sie nehmen den GGT von diesen Anzahlen der Striche und malen so viele Striche wieder hin und das ist tatsächlich der GGT dieser beiden Zahlen. Also verrückte Zahlen, bei denen man sehr viel erleben kann und das hier ist eine dieser Geschichten. Ja, dann gibt es auch bei den Brüchen auch sowas wie mathematische Scherze, also zum Beispiel, wenn Sie natürliche Zahlen dividieren, also zum Beispiel hier diese Zahl, das ist jetzt hier 10 Millionen, ich kann es von hier aus schlecht lesen, genau, 10, 101 Millionen, 101, wenn ich das richtig sehe, habe ich es verrichtigt, wir schauen, 10 Millionen, genau, 10 Millionen, 100.101 und durch den Nenner da entsprechend teilen, dann kriegen Sie das hier raus und wenn Sie das jetzt bei diesem Bruch da noch eine 1 einfügen, hier an dieser Stelle, wenn Sie da eine 1 einfügen, dann kriegen Sie dasselbe raus. Wenn Sie jetzt da drei Einsen einfügen, kriegen Sie wieder dasselbe raus und wenn Sie da ganz viele Einsen einfügen, nochmal, und das können Sie auch noch extremer machen und Sie bekommen immer dieselbe Zahl raus und das ist sozusagen wie so ein Dackel, der dann immer länger wird, so eine Art Dackelbruch und dieser Dackel, der stammt von Waclaw Sierpinski, einem polnischen Mathematiker und das ist für Mathematiker irgendwie witzig, solche Zahlen sich anzuschauen. Ja, nochmal zum Schulbuch zurück, also Sie sehen hier, die Zahl Pi ist hier dargestellt und wenn wir jetzt sozusagen von den rationalen Zahlen müssten wir eigentlich noch lange bei den algebraischen Zahlen, vielleicht auch erst bei den Quadratwurzeln stehen bleiben und dann langsam zu den transzendenten Zahlen uns vorarbeiten und jetzt habe ich hier mal die berühmteste transzendente Zahl Pi, die ist hier so abgebildet und ich will mit Ihnen nochmal kurz schauen, wie kann man sozusagen diese Kommazahlen hinter dem Komma, wie kann man die darstellen. Und da gibt es diesen Künstler François Morellet, der vor zwei Jahren gestorben ist, auch im Bundestag einiges gemacht hat und der hatte folgende Idee, hier sehen Sie eine Darstellung von Pi und Sie haben schon gemerkt, dass die Präsentation so ein bisschen hapert, weil ich jetzt nicht auf meinem Rechner das leider machen kann. Ich hatte das nochmal so programmiert, man kann sozusagen das auch sehr schön bei GeoGebra machen, man gibt eine Zahl ein und bekommt die Darstellung der Zahl. Also ich erkläre mal kurz, wie das geht. Wir haben jetzt hier 3,141, wir nehmen erstmal diesen ersten Stab, dann nehmen wir 3 mal 3 Grad, also die Einheit hier ist 3 Grad, also so heißt dieses Kunstwerk, 1 gleich 3 Grad, das ist Kunstwerk Nummer 10, 1 gleich 3 Grad und hier sind es also 9 Grad zwischen dem ersten Stab und dem zweiten und jetzt sehen Sie, hier sind es nur noch 3 Grad, also 3,14, jetzt haben wir hier 4 mal 3 Grad und dann haben wir wieder 1 Grad und dann haben wir wieder 9 Grad und so weiter. Also Sie können sich das vorstellen, das ist so eine Ziehharmonika und so kann man dann Pi darstellen und wenn man das mit einem etwas größeren Winkel macht, dann gibt es hier diese auch sehr ansprechenden Zeichnungen, also das hier ist ein Bild von Pi, Sie sehen hier unten 3,141 und so weiter und dann entwickelt sich das so und das kann man auch sehr leicht ganz schön programmieren. und hier gibt es auch noch 3-dimensional solche Darstellungen oder als Neonleuchten oder als Pixel und es gibt auch noch als Rokoko-Figur mit Neonleuchten und auch noch mit solchen krummen Kreissegmenten nochmal sehr schön und ansprechend dargestellt und auch nochmal koloriert und so weiter. Es gab jetzt im vorletzten Heft der Mathematiklehren gab es einen sehr schönen Artikel, wo Franz Wörler und Stefan Günster, die haben solche Dezimaldarstellungen dargestellt, auch Morellet, und die haben aber auch folgenden Versuch gemacht, sie haben diese Uhr hier sich angeschaut, das heißt, sie haben einfach für jede Ziffer haben sie sozusagen so einen Pfeil betrachtet und haben diese Pfeile alle aneinander gehängt. Und sie sind auch auf Morellet eingegangen, das habe ich gerade überschlagen, also hier sehen Sie diese Morellet-Figuren für verschiedene Zahlen mit jeweils dem Winkel 5 Grad, also zum Beispiel Wurzel 2, das ist Abbildung 6, das ist Wurzel 2, schon auch ganz spannend, 9 hier ist 1 durch 547, auch ganz verrückt, wie sich das hier entwickelt, und Pi ist auch irgendwo dabei, mal schauen, ganz 4, genau, Nummer 4 ist Pi. Und dann haben sie jetzt diese Pfeile aneinander gehängt und haben geschaut, wie entwickeln sich die Ziffern vor allem von Pi, wenn man diese ganzen Nachkommastellen so zusammenhängt. Und bei 10.000 Stellen von Pi, sehen Sie, das beginnt hier oben im Ursprung und entwickelt sich immer weiter weg und am Ende ist ein Trend nach unten rechts bemerkbar. Und das ist sozusagen eine Vermutung, dass bei Pi, dass das eine normale Zahl ist, dass sozusagen alle Ziffern gleich häufig vorkommen. Und die Vermutung ist bis heute, soweit ich weiß, unbewiesen. Und man sieht, dass das hier nicht den Anschein macht, dass diese Folge irgendwann, Entschuldigung, hier unten ist das, da ist der rote Zeiger, genau da ist es gelandet, dass das wieder in den Ursprung zurückkehrt. Das müsste aber sein, wenn die Ziffern alle gleich häufig vorkommen, dann müsste sich das irgendwann dem Ursprung wieder annähern. Und hier sehen Sie nochmal eine Million Stellen und das bewegt sich auch dann wieder nach unten rechts am Ende weg. Und hier sehen Sie auch die Euler-Zahl E und die hat auch ganz deutlich eine Tendenz nach unten links und das sieht auch nicht so aus, als wenn sie wieder zurückkommt. Und hier sehen Sie mit derselben Art der Darstellung so einen Bruch, der dann einfach periodisch zu sehen ist. Hier dann nochmal 1 durch 547, auch sehr schön dieser Bruch, ich glaube, den hatten wir eben auch als Morellet-Zahl und hier nochmal 1,61. Und das schließt sich dann bei einem bestimmten Winkel wieder. Genau, 1 durch 151 und so weiter. Ja, und dann zum Abschluss will ich vielleicht noch darauf hinweisen, man kann eben nicht nur hinter dem Komma rechnen, sondern man kann auch vor dem Komma rechnen. Also ich wollte das eigentlich während dieser Sachen jetzt langsam erschienen, aber mache das jetzt trotzdem mal eben mit Ihnen hier durch. Wir nehmen mal die Zahl 13 und die Zahl 27 und subtrahieren sie voneinander und machen das einfach, wie wir das in der Schule gelernt haben und sehen, da kommt hier eine 6 raus, dann nehmen wir uns eine 1, die wir hier in den Sinn nehmen, dann haben wir hier eine 8 von 3 bis 1, dann müssen wir hier wieder eine 1 aufzeichnen und wir bekommen hier diese Zahl als Differenz von 13 und 27 und wir stellen uns einfach vor, dass wir ganz viele Nullen vor die 13 schreiben, was soll das denn auch schaden. Und auch vor die 27 setzen wir jetzt alles Nullen und dann nehmen wir die Differenz und das geht wunderbar. Und wir kriegen diese Zahl hier raus und die hat 9 vor dem Komma und die hat beliebig viele, also die hat hier unendlich viele 9 vor dem Komma. Und diese Zahl ist eine wunderbare Zahl, denn wenn wir jetzt das nochmal umdrehen, wir zählen jetzt mal die 27 dazu und wenn wir das dann machen, dann haben sie 7 und 6 ist 3 und dann hier die 1 und dann haben wir einen Übertrag und wir kriegen hier 3, 1 und nur noch 0. Also es funktioniert tatsächlich. Am Ende stimmt diese Rechnung und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, warum sollte man hier nur 9 zulassen vor dem Komma, warum sollte man nicht alles Mögliche zulassen. Und das kann man auch, dann bekommt man die 10-ardischen Zahlen, wenn man das mit einer Primzahl statt mit 10 macht, dann hat man die P-ardischen Zahlen, dann ist man auch schon wieder in der Richtung von dem, was Peter Scholze gemacht hat, aber nur ganz grob in der Richtung, fürchte ich. Und bei den 10-ardischen Zahlen, das hat Stefan Behrenung auf eine sehr schöne Weise häufig mit Schülern schon durchgeführt, da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Dinge zu entdecken und hier kann man lernen, wie man strukturiert in der Mathematik, ohne dass man direkt Struktur als solche unterrichten muss, sozusagen die Struktur wird dabei dann selbst entwickelt. Ja, damit will ich gerne schließen und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Applaus